Willkommen zum Tagessiegen. Im Matthäusevangelium heißt es, wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes tun, dass nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Da haben wir es wieder. Ich hatte es schon letztens gesagt, die Bergpredigt möchte nicht neue Vorschriften geben, sondern die Frage stellen, hast du den Standpunkt der Selbstsucht verlassen? Guckst du also nicht mehr in die Welt, was nützt mir, was habe ich davon, sondern wie sieht Gott die Welt? Wie ist sie eingerichtet? Was möchte die Welt mir sagen? Welche Antwort darf ich geben, auch wenn ich eine Antwort geben muss, die mir jetzt nicht passt? Weil ich merke in Beziehung zu anderen und zu Entwicklungen, wenn ich da nicht aus Angst reagiere, dann kann ich hinhören. Die Kirche nennt das auf die Zeichen der Zeit hören und dann anfangen zu reagieren. Verlieren kann man dabei nichts, denn wenn wir etwas festhalten aus Angst, das verfault uns zwischen den Fingern. Aber wenn wir die Hände offen machen, dann wird uns natürlich nicht immer nur Tolles da reingelegt, weiß ich wohl. Aber wenn ich mich offen halte, wie Gott offen ist, dann bin ich so wie der Vater im Himmel. Der ist nämlich vollkommen offen und ein bisschen von seiner Offenheit will ich mir bewahren. Gott schenke ihnen diese offene Wahrnehmung der Welt und die Kraft darauf Antworten zu geben, auch wenn sie ihm manchmal nicht passen. Es segne sie Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.